Dann haben wir Imolais, eine Tochter von PriceHubble, PriceHubble vielleicht auch einigen bekannt. Da recherchieren wir eben ganz genau, was ist da der Durchschnittspreis, was ist im Angebot. Die suchen die Daten von allen Portalen zusammen, kriegen auch von öffentlichen Daten, von Katasteramten und so weiter zusätzliche Daten. Wir sehen, was wurde da angeboten in der Vergangenheit. Und so bereiten wir uns auf unsere Ölquelle, ich sage immer Ölquelle, in einem bestimmten Gebiet, bereiten wir uns darauf vor, dass wir da die richtigen Immobilien für unsere Zielkunden kaufen. Und das ist das A und O, dass du wirklich nicht spekulierst, sondern nach kaufmännischen Grunddaten, die dieses Business machst.